Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Star Wars Battlefront mit dem Big Mana und die Big Mana Ohhhh... Wie war Wird schlecht wenn er so fliegt Ok Liegt man nicht so zampfen, sehe ich Jetzt weich ich den aus Oh oh ich muss mal wieder vom Schlachtfeld Alter, das gibt's doch nicht Ich bin tot Komm Warte, warum krieg ich den denn nicht? Ja Aber das war nur ein Bot Oh, da ist Jungle Fett Ja, Boba Fett und Jungle Dango Dango Fett Was komisch ist, wenn du mal nach unten guckst Wir sind jetzt über Jakku da, wo eigentlich die normale Spielermap ist Das sieht ganz anders aus Ja, das stimmt Voll scheiße, ne? Alter, da ist gerade ein Sternzerstörer, der landet Ich landet Der explodiert, oder? Ich kriege hier nichts gebacken, ey Ich fliege diesen GR 75 Transporter ab Feuer Dann müssen wir aber angreifen Oh, ich flieg erstmal schön rein Weil ich bin eh schon fast kaputt gewesen Was ist das? Ist das der Millennium? Was ist das? Ist das der Millennium? Okay, angreifen, Mädels Ach, ich hab selbst noch gemacht Ich bin dagegen geschlungen Jaaaaaaaaaaaaah Ich hätte zwar nichts zerstört irgendwie Aber ist vor mir Expo Ich bin durch das Expo äh durch das Feuer durchgeflogen Haben wir nice weißt du was war was ich schön fand und wieder zwei im weltraum großen raumschiff der musste mit stern zerstörer und sowas halt was richtig nach weißt du das stimmt das ist echt schön nein aber sind alles so sachen neue spielen noch kein kill wieso träff ich denn nicht das gefühl ich fliegt auch so lahmarschig obwohl ich auch volle pulle bin die 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 den jetzt mal die tiefe weiter weißt der er besser gerade schon gespielt das gibt's doch nicht veralterlich können die überstehen bleiben oder so irgendwie alter wo ich die steuerung was war er ist überhaupt schon irgendwas ich hätte die noch nicht mal mit das gefühl jetzt war ich doch nicht aus blöde scheiß teil und ich mann ist wenn du nicht mal kai so irgendwie ist das echt heute durch drin ja wo fliegen bin ich so in dieser freundin reden ja aber das geht gar nicht ja wenn man gerade davon rede ich habe ein kill gemacht ich habe einen spieler niederlage und das gibt es nicht ich glaube furchtbar auch man so ein schönes spiel alter ich sehe schwarz für das spiel ist echt schwarz für das spiel schwarz im moment weil es einfach merks ja auch auf tütsch das spielt ja fast kein schwein aber das ist ja noch nicht mal mehr in der top list das war ein tag oder zwei tage in der top liste ja das stimmt mittlerweile nicht mehr das war jetzt ganz kurz ein stück schokolade monotone was zu trinken dann mach das dann macht das dann macht das macht das tut das hauptsache du machst nicht aufgeben jungs dankeschön das werden wir das werden wir ich dachte eigentlich dass niklas gerne mal mitspielen wollte aber irgendwie hat sich noch nie gemeldet so richtig er hat das schon hat er gar nicht er hat uns gesagt er würde uns fertig er will sich er will sich kaufen hätte er es ich habe das gefühl die anderen sind mit ihrer steuerung ich glaube fester leuchten ja die macht möge mit uns sein genau das problem ist ich habe das gefühl entweder ist meine maus so lahmarschig eingestellt ich glaube wir sind einfach so schlecht ich kann im millennium fallen spielen das erste mal das erste mal schuhe halt eine schnauze schuhe ich nehme den ex-wink den haben wir sogar noch eine ex-wink das stimmt was der mal den ex-wink kaufruft ich habe diesen y-wing auf dem flohmarkt gekauft oh oh warte 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 ah meine koi warte nein jetzt jetzt wollen sie mich jetzt wollen sie mich vielleicht ficken ich merke das schon irgendwie haben sie mich gerade auf dem korn ich kann nur einmal auswählen das konnte uns 1000 und zwei nur ich war immer so doof ich weiß nicht was ich weiß ja fliegen ist echt schwierig doch wieder wer will mich denn hier auf dem kicker oh der slave ist da ach man fick dich doch ins knie ich kann das nicht ich kann nicht fliegen ah nein du hast den a-wink ich hab den x-wink ich hab den a-wink so ich hab den millennium falcon ach so meine der bruchpilot ja das stimmt wirklich aber ich bin genau ich bin genauso irgendwie scheiße im moment boah der slave die slave irgendwie ist die anvisierung heute aber richtig zum kotzen echt jetzt komm 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 komm... neiiiiiiiin er hat mich er hat mich scheiße ja da muss ich den x-wink jetzt nehmen So weißt du wie das aussieht unter uns Ich bin klar nicht in fünfmal gegen die er hat gefahren weißt du wie das aussieht unter uns wie Schokopudding Nein, das sieht aus wie im Irak, die Berge da. Wo es auch mal bin Laden war. Los! Nein! Ich habe gerade so eine schöne kleine Kälte. Das war so gerade ein Spielball, das war gut. Ui, was ist das? Was ist das? Ja, ich bin zu schnell. Zu schnell. Habe ich den getötet? Den. Da ist so ein komisches. Geil, ey. Da ist so ein Transport-Ding immer. Was? So ein Transport-Ding von dem war da. Weiß ich. Weiß ich. Ich habe das zerstört. Ich habe drauf geschossen auf jeden Fall. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob ich den getötet habe, aber ja. Mann, du sollst nicht so schauen wie eine Zwiebel. Deine Mutter ist eine Zwiebel aber richtig, ey. Meine? Nein. Das mache ich morgen wieder an. Ne, Gott. Och, Benno! He, ich habe noch einen Killer mich erst, ey. Und zwei Computerleute. Leute. Einen Kille und einen Computertypen. Oh, ja, 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 noch. Na, mal schauen. Oh, da ist einer. Ich bin, ich bin ganz... Meine Mutter ist ne Kirsche. Ja, unsere Mutter ist ne... Ähm... Sieeeeeeg! Wohohohoho! Und was das geil ist... Wir haben nicht dazu beigetragen! Johohohoho! Ist das geil! Oh, scheiße! Das war ja wirklich wegen unseren Verdienst oder sowas halt, ne? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Genau, durch unser Skill. Durch den einen Kill haben wir das ganze Geschehen jetzt umgewandelt. Weil wir es können. Einen Kill, das ist schon... Zwei Kills insgesamt. Eine KI und ein Spieler, das ist schon... Das stimmt. Ich verlasse wieder, Böjen. Wir suchen wieder was anderes. Ja. Gott, ey! Scheiße, ey! Na gut, da würde ich aber sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und zwar morgen Abend um 20 Uhr bei Star Wars Mittelfront mit dem McMahner. Und dem in guten Spieber. Genau. Bis morgen Abend. Tschüss! 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 Tschüss!